Wir machen heute wieder Kraft. Ein, aber ein, zwei Sätze möchte ich zu euch sagen. Und zwar, die Kraftübungen oder allgemein unser Training ist wirklich so gedacht, ich möchte keine Hardcore-Training haben und ich möchte auch nicht so richtig Bodybuilder oder so richtig, was weiß ich, einfach nur für normale Frauen. Weil ich sehe das so, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr gut mitmachen könnt, dass es auch ein bisschen Spaß macht und, 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 dann habt ihr nächstes Mal mehr Lust drauf. Aber wenn ihr merkt, es ist mehr Qual als Spaß, dann, ich sage es euch, in einer Woche sehen wir uns nicht mehr. Ja, weil irgendwann hat man dann keine Lust mehr drauf. Und deswegen, wir machen einfach so, und ich jammer dann auch so, wie ihr jammern würdet, glaube ich mal. Ich kenne euch noch schon gut von meinen Kurse und deswegen, ich bin da, ich könnte natürlich meine Zähne zusammenbeißen und alles durchmachen und knallhart, wie der Klaus sagt. Natürlich könnte ich das, aber ich möchte das nicht. Ich möchte da Frau sein, ich möchte so sein, wie ihr seid. Und wir jammern, wir meckern, wir, ja, und dann macht es mehr Spaß, okay. Und deswegen, also wir passen euch einfach, wir passen uns euch an und einfach die normale Frauenwelt, okay. Und andere Sportler, die können dann, Hardcore-Sportler, woanders gucken, okay. Okay, also, Berit, wir legen los, der Klaus ist auch schon da. Ich habe schon ihm gefragt, was machen wir heute, weil ich habe schon die Hälfte von dem Haus fertig geputzt. Küche, Bad, alles Mögliche, so richtig mit allem, Fenster und das hier, ich bin fix und fertig. Achso, ich soll aufwärmen, gell? Achso. Ja, genau. Wir sind immer noch da von unseren Jungs, das Tavi liebt sie. Also greifen wir mit der Schulter, wir fangen immer gleich an. Die Petra von Dance Yoga hat mal gesagt, wenn uns ein Salat schmeckt, bestellen wir es ja auch immer. Also wenn das Aufwärmen gut ist, dann machen wir dann auch immer gleich. Oder Schatzi? Und kreisen mit deinen Armen. Na, jetzt kommt Luftball. Und Schatzi, kreisen mit deinen Armen. Schön kreisen. Und jetzt ein Arm kreisen, mobilisieren. Dann das andere Arm kreisen. Mein Kopf sieht man nicht so sehr richtig, aber egal. Und nochmal beide Arme kreisen. Minimal. Aber minimal, Schatzi, bitte, bitte. Ja, stopp, stopp, danke. Und jetzt auf die Seite. Schön auf die Seite. Und mach dich lang. Stopp, 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 stopp. Er macht an meinem Handyruf richtig. Es gibt wieder nach vorne. Es gibt immer noch nach vorne. Soll er ein bisschen mehr machen. Egal. Wenn du ein bisschen mehr machen, dann geht's. Schau. Egal. Stopp, stopp. Jetzt ist zu viel. Jetzt gibt's nach hinten. Okay, stopp. Jetzt gibt's wieder nach vorne. Jetzt schiebt's so gut, oder? Egal, ich mach's gleich, Schatzi. Hoch. Und jetzt Arme. Und kreisen so. Ich komme jetzt zu euch. Er hat weniger Gefühl auf mein Handy als ich. Du musst es da festmachen, Perle. Du musst es da festschrauben, dann hebt's. So gibt's da vorne, da ist eine Kugel, da musst du es festschrauben. Wartet, ihr bewegt euch langsam weiter nochmal. Hab ich dir gesagt. Oh nein, Entschuldigung, Mädels. Oh, ich mach's nachher. Okay, ich will dir was helfen. Alles gut. Oh nein, jetzt steht es gar nicht mehr. Das ist wunderbar. Mädels, sorry, wir haben jetzt hier Schwierigkeiten. Jetzt ist besser. Genau, jetzt ist besser. Und kreisen, und jetzt Beine kreisen, Beine kreisen, Beine kreisen, kreisen, schön öffnen die Hüfte. Und jetzt nach... Wie bei den Backhams. Du hast Brunen gegessen. Morgen. Ich finde es eine Witzung nicht lustig. Ich meine, sie sind besser. Oder wie findet ihr mich? Ich mach doch nur Spaß. Ach, der ist so empfindlich. Ich sag's euch. Und nochmal. Knie hoch, Arme ab. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Mädels, wie geht's euch? Wer ist überhaupt dabei? Ich hab keine Ahnung. Lang und hoch. Und hoch. Und hoch. Und jetzt ein paar Jumpy Jacks. Jumpy Jacks. Jumpy Jacks. Komm, 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 komm. Nadine ist dabei und Jenny ist dabei. Sehr schön. Und weitermachen. Hopp, hopp, hopp. Und Jumpy Jacks. Ich spring auf die Luftballons hier. Und weiter. Noch 10, noch 9, noch 8, noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen. Schatz, wir sind warm, oder? Wer ist, seid ihr warm? Jasmin ist... Ne, Tami ist auch dabei. Hallo. Okay, komm, Schatz. Ach so. Ja, okay. Sie braucht eine Matte. Oder eben die... Hat sie schon gemacht. Oder Teppich oder so. Ja? Ich tue immer so. Erstmal hallo. Heute mache ich was Eigennütziges eigentlich. Wir gehen in den Po-Bereich. Ich tue mir eigentlich selber was Gutes. Ich darf zugucken, sie arbeitet. Aber im Sinne von mir. Ihr versteht schon. Nö. In diesem Sinne. Schaut her. So Mädels. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Und das Erste, was wir machen, wir heben das Bein jetzt mal vom Boden ab. Angewinkelt. So. Na, 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 na. So. Und jetzt legen wir es nur außen nach außen. Genau. Höher. Und wieder ab. Und nicht mehr absetzen. Das machen wir jetzt 3x8. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und weiter. 1, alle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alle. Acht. Nicht aufbauen, wenigstens. 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Auch wenn es brennt. 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8. 5, 5, 6, 8. Und wir wechseln gleich. Klicke an der Seite. Und los. Komm, komm, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Also keine Pause. 2, nein, nein. 3, 8. Das brennt wohl nach. Mein Gott. 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sieht so aus wie Hunde bei Pipi machen. 8 und 8. Und alle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und man kann es ausschütteln. Ich hasse es. Ausschütteln. Das hier brennt voll nach. Ausschütteln. Masiert du kurz mal durch, Mädels. Ausschütteln. Genau. Ja, ich mache es. Was macht der denn? Ich habe wurscht trainiert. Er kommt jetzt. Okay, Mädels. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alle. Und alle. 8, nicht aufhören, Ladies. Und schön hoch. 6, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Und nicht aufgeben. 3, 2, 3, 2, und wir wechseln das Ganze nochmal. Setz dich mal dahin und guck mal, wer da dabei schaut. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir brauchen die Muskeln, damit wir Fett verbrennen können. Okay? Und danach erkläre ich euch das mit dem Kilos und so weiter. Meine Mädels haben mich schon gefragt. Ich erkläre euch. Aber ich bin, glaube, schon beim Abnehmen oder am Zusammenziehen ein bisschen. Auf jeden Fall, meine Kleider sind etwas lockerer geworden. Nach inneren ein Vakuum. Und nochmal. Komm. Und los geht's. Und los, gleichzeitig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und bitte. 2, 3, 4, ich kenne doch die Menschen nicht. 4, 6, 7, 8, und alle. 8, und. 7, und. 6, und. 5, irgendwie mein Po ist auch dabei. 4, 3, 2, 3, 2, wechseln. Und letztes Mal. Ja. Also irgendjemand ist dabei mit dem Namen mein Po. Ich glaube. Nice. Mit so einem Gesicht. Und los. Nein, das ist ein Kommentar. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und. Letzte Runde. 8, alle. 7, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ihr bleibt, ihr bleibt. Ihr bleibt. In Vierfüßeln. Schade. Ich habe so gut. Nein. Ich habe Fenster geputzt. Ja, dann haben wir Zeit. Das Bein strecken. Was er jetzt macht, er geht von außen nach innen. Also holen, zu uns holen. Aua! Bereit? 2x8 rechts, 2x8 links. 2x8 rechts, 2x8 links. 3, strecken das Bein. Und los jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, flexen. Flex deinen Fuß. Und alle. 8, 7, geht es gut? 6, dann kann man die Rolle machen. Kannst du auch mal machen? Nein. Ich habe die gefragt. 2, 2 reichen. Und wechseln. Schatz, ich meine es jetzt nur einen Tag vor. Und wechseln. Und los geht's. Er gibt mir gar keine Zeit zum Reden. So, das wird auch schon nachher. 1, 2, 3, 4, 5. Versuch eine Verlängerung zwischen Schulter, Gesäß und Ferse. 3, 4, 5, und nachher dem 5AM übeln. Dazu ist er ein obedience. noch nicht gesagt. Angi ist dabei. Michelle ist dabei. Hallo. Und weiter geht's. Und nochmal zwei mal acht. Drei. Und strecken. Was geht so und so bei euch? Und eins. Warte. Zwei. Drei. Guck mal, liebe. Vier. Fünf. Was machst du mit dem Notbalance? Sieben. Acht. Und acht. Stimmung. Stimmung. Und sechs. Hopp. Vier. Drei. Zwei. Und wechseln. Eins. Lösen. Andere Seite. Und vier. Drei. Zwei. Flexer und Fuß. Und eins. Welche Richtung? Eins. Zwei. Drei. Vier. Große Bewegung. Fünf. Sechs. Sieben. golden. Acht. Und alle. Acht. Und sieben. incomes hoch. Sechs. Hopp. Fünf. 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 Und eure Bikini. Zwei. Und letztes Mal. Ladies. Ihr könntet auch zu Hause Bauch frei machen. Und in kurze Hose. Und dann sieht ihr, an was ihr arbeiten müssen. Und dann, ich sage es euch, ganz wenige Sachen zu Hause anziehen, dann isst ihr auch weniger, weil anders, wenn es so eng ist, dann denkt man sich, oh nee, darf man nicht. Aber ich bin mit Essen, jetzt muss ich euch sagen, ich esse schon normale Sachen auch, aber ich achte auch ein bisschen. Aber ich sage es euch, seit ich zu Hause bin, so viel laufe ich rum, dass ich wirklich abnehme ein bisschen. Natürlich machen wir euch auch jeden Tag Sport. Und rein, andere Füße strecken und los geht's. Eins, zählst du bitte? Zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, und eins, zwei, und drei, und vier, fünf, sechs, und sieben, und sieben, acht, und andere Seite. So, und wechseln, strecken, und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, und eins, sieben, und sechs, und fünf, und vier, und drei, und zwei, und kurze Pause. Sehr schön. Mädels, schaut her. Super gemacht. Sammy schläft immer noch. Bitte schaut her, auch wenn ihr ein bisschen mehr wiegt jetzt die Tage durch den Vielsport, bitte keine Angst haben, dass sich nur Muskeln, ich weiß es, ich hasse es auch, wiegt euch am besten nicht, schaut nur nach eurer Kleidergröße, ob sich da was verändert oder die Haut, ob fester wird. Also meine ist auf jeden Fall fester geworden durch die Tage. Also bitte nicht euch unbedingt wiegen. Und wir Frauen, wir sind sowieso so, vor unseren Tagen, lagen wir ja Wasser ein, und dann wiegen wir auch wieder mehr. Okay, gutes Thema. Frage? Ja, das sind unsere Probleme, Schatz. Schatz, ganz einfach, ihr geht jetzt in die Knie, in die Knie, bringt das Gesäß auf die Fersen. Eins, zwei. Ich bin 48 Jahre, das ist der Unterschied zwischen uns, zwei und zwölf Jahre. Gott sei Dank. Ja, überleg dir mal. Gott sei Dank Mädels. Okay, ihr könnt auch gerne eure Matten ein bisschen dicker machen, falls ihr Knie Schmerzen habt, sonst habe ich nie, aber heute habe ich schon viel. Und dann geht das Ganze. Aua, 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 macht der ganz gut. Aua, hab Geduld. Meine Knacksen, deine sind ja jung. So, klare Rücken, und dann hochkommen. Und los geht's und hoch. Eins, zwei, drei, vier, ich spiele. Dreimal, achtmal. Fünf, sechs, sieben, acht und eins und zwei, drei, vier, schieb da in Form. Fünf, sechs, sieben, Po fest, acht und letzte, acht, Po an zusammenziehen, sieben und sechs und fünf, vier, drei, zwei, oh, letzte Mal, oh, aber das ist auch Stress. Ihr trainiert den unteren Rücken, die Adduktoren, der Bein, Bizeps vorne, das sind alles so die Hilfsmuskulatur, die da mithelfen bei dem Ganzen, die gerade Bauchmuskulatur hilft mit, also so ein bisschen so ein Ganzkörpermuskel, der sich da bewegt. Im Pilates gibt es auch, aber da ist langsam und da rollen wir hoch, mit Bauchanspannung. Eins, zwei, drei, vier und wieder hoch, langsam eine Runde. Langsam, ich stirbst du von zwei. Weiß ich, siehst du. Wir sind vom Pilates, wir wissen es. Also Bein, Bizeps, Adduktoren, und jetzt was muss ich machen? Immer nach genauer Stelle. Ach so, nochmal. Okay, Ladies, bereit, Bauch reinziehen, Po fest, Bauch fest, gerade rücken und los geht's. Eins, zwei, scheiße. Vier, fünf, und zieh die Arme, sechs, sieben, acht, ich muss, oh scheiße. Ich komponierst, gell? Zwei, drei, vier, fünf, nicht aufhören, sechs, sieben, acht, damit du ein gutes Gefühl hast. Acht, und sieben, und sechs, alle fünf, weitermachen, vier, drei, zwei, eins. Gut durchatmen, aber auf meine Knie. Wo seid ihr denn? Pina ist dabei, Aua Popo, sehr schön. Renata ist dabei, macht mit, Mädels, nicht nur gucken, gell? Nicht nur schauen, mitmachen. Weiter geht's. Dritte Runde. Letzte Runde, dritte Runde. Ach, das heute ist schon schnell, gell? Und vier, drei, Bauch einziehen, zwei, und los geht's. Eins, zwei, drei, zieht euch hoch mit dem Oberschenkel, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, und alle. Acht, sieben, schieb vor, sechs, fünf, alle da, vier, drei, zwei, eins, und lösen, und ihr Ordnungszittert. Dritte Runde, nächste Übung, nächste Übung. Wie? Wir haben noch zwei Übungen. Habt ihr ein Handtuch in der Hand? Wenn ihr jetzt kurz Pause macht, holt euch mal schon mal ein Handtuch. Wo ist die untere? Ich hol dir eins. Nein. Ich habe eins, ich weiß nicht. Oh, ich hasse die Personen mit sowas. Hast sie. Also, holt euch ein Handtuch, bitte, Mädels. Wir haben nur zwei Mann. Und falls ihr seht, dass bei mir schmutzig ist, es ist schmutzig, weil ich habe noch hier nicht geputzt heute. Schaut hier. Geht einmal, geht einmal runter von der Matte. So ein hässliches Handtuch. Das sind unsere Fußhandtücher. So, schaut hier haben wir sie. Wer ist noch dabei? Wer ist noch dabei? Ja, wer ist noch dabei? Ja, wer ist noch dabei? Ja, sehr schön. Ja, Anastasia. Aber mitmachen, Mädels, nein, die kennen Sie nicht. Nicht die Anastasia, eine andere. Okay, Mädels, einfach weitermachen, wartet. So, schau hier. Wir warten auf das Handtuch. Hier ist das Handtuch. Ja. Aufhärmt alle Kackett oder Fliesen. So, schaut hier. Die geht in die Liegestütze, Position und zieht. Eins und wieder raus. Ach, Mädels, das machen wir immer mit der Rolle, wisst ihr noch? Von hier, ranziehen, 90 Grad die Knie und wieder raus. Das kenne ich. Mädels, das machen wir immer mit der Faszienrolle in den Pilates, wisst ihr? Und das ist ganz, ganz intensiv für den Bauch. Also, Mädels, Bauch und Arme, Po und Arme, also für alles. Los geht's, Ladies. So, ist das. Also, noch vier, noch drei, noch zwei und los geht's. Oh, 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 oh nein. Also, 90 Grad knapp über dem Boden. Zwei. Genau. Drei, wie viel? Zwei mal acht. Vier, ich weiß nicht. Zwei mal acht. Fünf. Doch. Gesellsmuskel, gerade Bauchmuskel, Quatrizebs. Sieben. Acht. Und vier. Oh. Drei. Bitte, ich habe nichts zu sagen. Zwei. Ich sterbe eins. Ich schaffe dich nicht. Weil, Baby, hör zu. Wir machen lieber Baby. Wie wenn noch. Nicht, dass ihr anfängt. Baby, Schatzi, ich liebe dich doch. Was ist das? Was ist das? Nein, aber lieber machen wir nur zwölf davon. Also einmal acht und einmal vier. Und dann die machen wir richtig als zu viele und falsch, oder? Gute Einstellung, oder? Aber sie riecht nicht, oder? Ich riech noch nicht. Ich stink noch nicht. Boah, gestern haben wir Knoblauch gegessen am... Nein, nein, wir. Wir, stimmt nicht. Von Conny, von Pizzeria D'Alfino. Der Mann hat eine neue Soße geschickt. Hey, sogar ich bin gestorben von mir heute Morgen, ja? Für Nacht. Nehmt dran, also los. Aber ich war nicht schuld. Nein, ich zeig's euch jetzt nicht. Aber es war brutal lecker. Und los. Ein, neunzig Grad. Zwei, drei. Kann jemand das Standbild machen? Das sieht super aus. Vier, fünf, ja genau. Sechs, neun, sieben, acht. Und nochmal vier. Vier, drei, zwei, ich schaff's nicht mehr. Eins. Geht doch. Oh Gott. Aua. Haben wir nur noch eine Übung, oder? Die noch einmal und dann noch eine Übung? Nein. Einmal haben wir. Nur zweimal hast du gesagt. Nein, zweimal, achtmal, drei. So, ich streite. So, ich streite Kinder. Ein Spruch. Jeder wird seine Sprüche gemessen. Deine Trainigungen messen nicht mehr deine Sprüche. Scheiße. Es ist nochmal eine Runde, okay? Und ich spuck gleich. Ja, spuck. Dann haben wir alle was warms. Ich hab wieder zu viel gegessen. Vorher bereit. Und vier. Letzte Runde, Ladies. Nicht aufgeben. Ihr macht auch mit, okay? Vier. Drei. Zwei. Und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Ich hab gesagt, wir machen normal eine Übung. Vier. Die Hinterkunddeko. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und vier. Drei. Zwei. Eins. Oh, ich stimme. Und ich hab noch zu euch gesagt, wir machen normale Übungen. Und ihr kommt mit so einer Übung. Das sehen wir nochmal. Sandra ist dabei. Letzte Übung. Jasmini ist dabei. Hallo, Mädels. Letzte Übung. Da sind wir wieder. Letzte Übung, Mädels. Letzte. Auf die Rücken legen. Rücken legen. Rücken legen. Ganz schnell. Was hat das mit meinem Boot zu tun? Was hat das mit meinem Boot zu tun? Okay. Mehr. Okay, warte. Jetzt. Eingehinteln. Jetzt dürft ihr entweder das Bein anlegen. Wir machen den Beckenboden. Das heißt, hoch und runter. Ohne wieder abzusetzen. Entweder so, aber höher, höher. Richtig durchdrücken. Hier muss es ziehen. Hier muss es ziehen. Dann zeige ich euch. Ihr drückt dabei eure Füße in den Boden. Genau. Ihr drückt die Füße in den Boden. Dann schiebt ihr euch den Beckenboden hoch. Und dann? Schau her. Als Nachdruck, wenn sie den berührt, machen sie. Okay? Es macht keinen Buff. Keinen Buff. Nein. Also, wie viele soll ich jetzt sagen? Dreimal, achtmal drei. Nochmal? Dreimal, achtmal drei. Okay. Und los. Der kippt um. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, festledig. Sechs. Sieben. Acht. Und weiter. Eins. Und zwei. Und drei. Vier. Fünf. Und vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Ladies. Ihr kommt kurz hoch. Ihr könnt auch gern. Schaut her. Diese Oberschenkel hier. Hintern. Denkt dran. In dem Sommer, wenn ihr kurze Hosen anhabt, da könnte sein, dass es Zellulitis kommt. Wir haben es ja noch nicht. Schatz, wir haben es nicht. Wir beugen das vor. Also, wir haben nur Muskeln. Ja? Und deswegen, wir arbeiten jetzt weiter hinten dran, dass sie so bleiben. Also, macht weiter. Da. Das meine ich. Natürlich, aber ich weiß schon, was ich meine. Und los. Und vier, drei, zwei und hoch und eins. Seht ihr das? Zwei. Seht ihr gar nicht. Du weißt nicht, wo das Kamera ist. Du wirst die Kamera da. Seht ihr das? Fünf, vier, sieben, acht und eins und zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben. Aua. Sieben. Oh, Schatz, bitte. Ich verletze mich mit meinen Haltens. Geh jetzt weg. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Geh weg. Ich habe es schon gesehen. Aber nachher, schön viel mit ihm. Also nochmal. Oh, wir sind ja schon eine halbe Stunde fast vorbei. Letzte Runde. Letzte Runde. Los geht's. Vier, drei, zwei. Oh ja, so habe ich Kissen. Und go. Eins, zwei, drei, schieb hoch. Vier, fünf, sechs, sieben, acht und eins. Nur noch zwei Hände. Vier, vier ist zusammen, oder? Fünf, sechs, sieben und acht. Und schieb hoch. Acht. Letzte Runde, Ladies. Sieben. Wir haben es geschafft für heute. Komm. Fünf. Vier. Und. Drei. Und. Zwei. Und. Und lösen. Oh Gott. Das war's. Komm an, das seht ihr aus. Schönen Tag mit euch. Tschau miteinander. Tschüss. Danke Schatzi Baby. Vielen Dank. Also Baby. Genau. Ihr liebt dich doch. Ja, alle anderen auch. Billets, wir dehnen, okay? Und zwar. Wahnsinn. Wer ist das jetzt? Der Sami oder die Jungs? Also, nochmal. Wir dehnen ganz kurz. Ihr bleibt gerade liegen. Ich hoffe, ihr seht mich dann. Genau. Und zwar, wir strecken ein Bein nach vorne raus. Wir nehmen ein Knie zu uns, zu unserem Brustkopf. Versucht, eure Schulter locker zu lassen. Und das, ihr Mädels, guckt jetzt nicht unbedingt auf die Kilos. Achtet jetzt nur auf das, wie eure Körper sich anfühlt. Durch diesen Sport, was wir regelmäßig machen, natürlich bauen sie sich Muskeln auf. Aber diese Muskeln brauchen wir dafür, dass wir mehr Fett verbrennen. Dass wir auch, wenn wir noch eine Schokolade mehr essen, dass es auch wieder verbrannt wird. Du isst Schokolade? Ja, ich esse jeden Tag schon wieder. Bein strecken und zieh dein Bein zu deinem Kopf. Seht ihr? Bist du da? Und zieh, und zieh. Und wieder lösen. Und strecken. Und anderes Bein. Nehmen und halten. Und deswegen, ich weiß, ich bin auch total enttäuscht immer, wenn ich mich auf die Waage stelle. Und seit ich so viel Sport mache, sowieso wiege ich mehr als früher. Aber ich muss sagen, mein Körperform ist schon anders und ich fühle mich einfach auch viel fitter. Also deswegen, eigentlich, die Kilos sind ja nicht so wichtig, aber ich weiß, ich stelle mich auch jeden Tag drauf. Ja, also ich kann mich voll verstehen. Genau. Und Bein strecken und Kopf Richtung Knie ziehen. Und halten. Halten. Und wieder lösen. Sehr schön. Ihr nehmt beide eure Knie zu euch und ihr fängt euch nach oben zu rollen. Ein paar Mal. Rollen. Und strecken. Und rollen. Und strecken. Und kurz lösen. Sehr schön. Bleibt so da. Wir strecken ein Bein nach vorne. Das andere gebeugt. Shhhh. Du musst hochgehen. Die machen immer zu viel Spaß und das kann ich nehmen, den in ihrem Zimmer. Und dann wecken sie sich. Und deswegen. Also. Bein flexen und Kopf Richtung Knie. Halten. Und wir haben noch echtes Glück. Unsere Kleine schläft echt noch am Tag. Drei bis vier Stunden. Gell? Ja. Und die Nacht durch. Also. Du, du, du. Deswegen, wir wollen ihn dabei nicht stören. Nein. Halten. Bleibt unten. Und wieder lösen. Anderes Bein. Seid ihr noch überhaupt da? Ich sehe es gar nicht. Aber ich komme nachher gleich zu euch. Nochmal. Fuß flexen. Also bitte auf eure Knie nicht ganz durchstrecken. Und neutral halten. Und geh wieder mit deinem Kopf zu deinen Knie. Halten. Halten. Bleib unten. Immer noch. Nur noch. Vier. Drei. Zwei. Und wieder lösen. Sehr schön. Wir gehen jetzt auf unsere Vierfüßler. Geht in den herabschauenden Hund. Und bleibt mal kurz mit den Füßen weiter. Ich stelle mich dann seitlich. Und immer schön im Wechsel die Füße Richtung Boden. Ferse Richtung Boden. Im Wechsel. Sehr gut. Knie ab. Geht mit den Händen nach vorne zu euren Füßen. Und jetzt fallt den Kopf nach unten. Ich ziehe da wahnsinnig meine Beine. Und roll nach oben. Wirbel auf Wirbel. Sehr schön. Schönen Tag bei euch noch. Tschüss Mädels. Ciao.